1960, Mittelatlantik Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir Sohn, du bist etwas besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben sie mir, sie hatten recht. Und willkommen zu Bioshock. Nach sechs Jahren wird es mal wieder Zeit Bioshock zu spielen. Der Remastered Version. Der Remastered Version. Das war knapp. Ich bin auf der Wanderung. Wir sind abgestürzt. Und suchen jetzt. Bei diesem Leuchtturm. Ich dachte mir, nach der ganzen 4 Reihe spiele ich jetzt nochmal Bioshock, denn wie sehr viele Videos von mir gehört auch Bioshock dazu, dass sie einfach schlecht waren. Natürlich wird Bioshock nicht dasselbe Erlebnis sein wie beim ersten Mal, weil ich halt so die Geschichte noch im Kopf habe, aber ich werde versuchen nicht zu spoilern. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Wein, das ist Andrew Wein. Die Quenz, die gleich kommt, ist sehr schön. Ach hier geht es lang. Wissenschaft. Industrie. Kunst. Wir machen uns jetzt. Das seht ihr gleich. Kaufkugelhebel. Das ist jetzt eine schöne Sequenz. Die beiden Tiefen des Ozeans. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Die Unterwasserstadt. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten. Der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss. In der diejenigen, die zu groß und bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Sieht nun nicht mehr so belebt aus. Da sind wir am Big Daddy. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine... Ich... Ich... Ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Atlas! Wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Wir werden erwartet. Du kannst das Spiel jederzeit über das Pause-Menü speichern. Gibt's heute nicht mehr so oft. Nur eine Minute noch! Ich sehe sie schon! Die Tauchkugel kommt jetzt hoch! Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tut mir nichts! Lassen sie mich bitte gehen. Sie... Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Sie können... Oh! 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 Ich hatte aber die Waffe das hier nicht. Ich weiß nicht denötzlich nicht, aber wir werden es so gemeinsam nochmal hier im Spiel erfahren. Wackelt sich ja eine Tauchkugel herum. Macht's kaputt! Wirst du so freuen, sich das Funkgerät dazu nehmen? Funkgerät. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast. Aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stell dich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Geh weiter nach oben. Geh tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lasse dich nicht hängen. Was brauche ich denn? Für mich ist das jetzt der dritte Durchlauf von Bioshock. Ne, der zweite. Am allerersten Mal habe ich abgebrochen. Da war ich noch 15. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Wir haben ja keine andere Wahl. Kita-Chamber. Wenn wir sterben, brauchen wir dauernd neu. Sollte es passieren, dass sich einer der feindseligen Bewohner vom Website tötet, wirst du in der letzten Vita-Chamber, was hier tast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du hältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita-Chambers funktionieren automatisch. Sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Kommen wir später noch. The Great Große Kette wird von unserer Hand geleitet. Im Vergleich mit dem Original ist das hier schon wieder sehr schön gemacht worden. Ganz sehr ärgerlich, dass die Bioshock 2-Besitzer die Bioshock-Version kostenlos bekommen haben. Bioshock 1 Bioshock 1 Bioshock 1 musste man sich kaufen. Was ich jetzt natürlich gemacht habe, weil es im Sale war. Aber das Original von Bioshock war noch nicht auf Steam. Es ging noch über CD. Mein Besitz nicht, stand da gerade. Drücke C, um aufzustehen. Oh, ich war die ganze Zeit geduckt. Nur noch ein bisschen näher. Wer kommt, sie? Bitte nicht, ihr Schwinder. Möde. Wärst du so freundlich, dir eine Ohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn war, diese strengstgesindel. Da ist die Ohrzange. Früher eine gängige Waffeln einen Shooter. Heute ist es der Bogen. Das ist aggressiv. Rapsha-Metro. Nico-Time-Zigaretten. Junge, Junge, was für eine Show. Jeden Abend. Tragisch. Scheiße. Untersuchen. Die Spritze Verbandskasten. Drücke Öffung, ihn zu benutzen. Nicht, bis sie nicht in den Gazanas Garten kommen. Schlaue Dinge, lassen sich den Garten spleißen. Fräpsha war mal eine schöne Metropole. Und nun... ...etwas passiert. Spillen Sie Ihr Plank Smeet aus und entwickeln Sie sich weiter. Schön, mein Kind. Du hast es herausgefunden. Die Vision eines Mannes. Die Rettung der Menschheit. Gräpsha. 5. November 1946. Gucken wir uns zuerst hier um. Warpass-Ding. Doppelschips. Du kannst die Sachen hier nur direkt essen. Den Verbandskasten hätte ich mir wieder sparen können. Stimmt, hier war es ja bei Bioshock so. Du kannst nichts mitnehmen. Du frisst alles so direkt. Türsteuerung ist defekt. Mein Daddy ist schlauer als Einstein. Stärker als Herkulent. Und er entfacht ein Feuer mit einem Fingerschnippen. Sind Sie genauso gut wie mein Daddy, Mister? Nicht, wenn Sie nicht in den Gazanas Garten kommen. Schlaue Daddys lassen sich im Gazanas Garten... ...Gerfries Garten, genau. So hießen die Automaten, wo man sich dann die Kräfte holt. Elektro-Bolt. Was ist das? Plasmine verändern deine Gene und verleihen dir diverse Kräfte. Zum Beispiel kannst du Kreaturen und Objekte in Brand stecken, Sicherheitssysteme veranlassen, deine Feinde anzugreifen und deine Gegner mit Elektroschocks zu malträtieren. Vieles mehr. Rufe den Plasmid-Modus auf, indem du rechte Maustaste drückst. Drücke deine linke Maustaste, um deine derzeit aktive Kraft anzuwenden. Du kannst deine aktive Kraft ändern, indem du Umschalt drückst und mit der Maus eine Kraft auswählst. Du kannst die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Plasmide erhöhen, indem du bei einem Guthix Garten Plasmid-Slots kaufst. Alle Plasmide benötigen Eve. Jedes Mal, wenn du Plasmide verwendest, wird die blaue Eve-Leiste ein Stück kürzer. Jagen wir uns die Spritze ein. Das ist keine Werbung für Corona-Impfstoffe. Bleib ruhig, der genetische Tod wurde gerade von einem Plasmid namens Elektro-Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen.